Heiß, heißer Heidi Klum. Um ihre neue Dessous-Kollektion Heidi Klum Intimates zu bewerben, schlüpft das Model kurzerhand selbst in die Höschen- und Büstenhalter und macht mit ihren 44 Jahren eine Top-Figur. Zu diesem Anlass gibt die Model-Ikone einen Bra-Brunch in Los Angeles. Dabei legen nicht nur zahlreiche von Klums jüngeren Kolleginnen diese schönen Stücke an. Es werden auch heiße Schnappschüsse von der 44-Jährigen selbst präsentiert. Auf einem Rosenbett regelt sich Heidi in ihrer verführerisch für sich farbenen Unterwäsche. Für die Gäste des Bra-Brunch gibt es dann auch noch ein kleines Extra. Sie können sich ihre Namen auf die Dessous sticken lassen und sie somit personalisieren. Geschäftlich läuft es derzeit für die Blondine ziemlich gut. Ihre Intimates-Kollektion kommt bei den Fans gut an und ihre Lidl-Kollektion startet im September in den Läden. Ebenso wie die Castings der neuen Germany's Next Topmodel-Staffel.